Wie kann ich meinen Schülerinnen und Schülern eine Umfrage zur Verfügung stellen? Diese in Teams als Register einbinden oder diese Umfrage als Aufgabe mit der Bitte um Feedback verteilen? Ich habe Forms im Browser geöffnet und erstelle ein neues Formular. Ich möchte ein Feedback der Schülerinnen und Schüler einholen. Die Fragen sind für Übungszwecke rein fiktiv. Wenn ich das neue Formular erstelle, habe ich verschiedene Auswahlmöglichkeiten und Typen von Fragen zur Verfügung. Ich wähle für alle Fragen nun diese Option aus und stelle für alle Fragen ein, dass diese zwingend zu beantworten sind. Wenn ich fertig bin, kann ich in mein digitales Klassenzimmer, also zu Teams, wechseln. Dort gehe ich oben auf das Plus-Symbol, um ein neues Register hinzuzufügen. Ich wähle die Forms-App aus und wähle das eben erstellte Formular aus. Danach haben alle Schülerinnen und Schüler, also alle Mitglieder dieses Teams, das neue Register in diesem Teambereich. Wenn Antworten eingegangen sind, kann ich diese in Forms in der bereits bekannten Darstellungsweise sehen. Eine weitere Möglichkeit ist, dieses Feedback-Formular über das Aufgaben-Modul zuzuweisen. Ich wechsle in das Aufgaben-Modul, suche mir meine Klasse heraus, erstelle eine neue Aufgabe und wähle Quiz aus. Jetzt wähle ich die eben erstellte Umfrage aus und verteile diese mit dem entsprechenden Fälligkeitsdatum an die Klasse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nachdem ich die Aufgabe zugewiesen habe, wird wie bekannt der Aufgabenbord aktiv unterstellt die entsprechenden Benachrichtigungen. So einfach und schnell können wir eine Umfrage erstellen und an eine Klasse austeilen. Ich wünsche euch viel Spaß damit.